Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Warno, zur Fulda Gap Kampagne, die Party, ja sie geht weiter und wir bekommen die Entlastung nicht so richtig hin, muss ich wirklich zugeben, das ist eine Herausforderung. So, wir nehmen die Artillerie mal eins weiter nach vorne. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier, ja ja, wir haben die. Wie sieht denn das hier aus? So, die sind schon recht leer geschossen. Nur, das sind tatsächlich Einheiten, die sind mir gar nicht so relevant. Das hier wäre wichtig oder halt hier oben. Tja, was machen wir jetzt hier? Spielen wir das hier weiter defensiv? An die kommen wir nicht ran. Und was machen wir hier? Shit, ich komme nur mit denen bis hier hin. Kann ich hier eine Hubschrauberunterstützung ranholen? Äh, vielleicht die anderen? Komm ich? Warte mal wen kann, ich habe ja gespeichert, zur Not. Okay. Ne, die Hubschrauber hätte ich gerne. Kann ich die hier ran führen? Kann ich mit den Hubschraubern? Oh yes. Das sind die Apeggis, oder? Ne, das sind die Kobras. Okay, gut. So. 23 zu 9. Das ist wieder so eine Sache hier. Steht jetzt zwar aktiv dabei, aber ich weiß halt nicht, ob er sie mit rein ruft. Das ist immer total bescheuert. Das heißt, wir hätten jetzt auch einfach nur mit den Panzern kämpfen können. Die hier kann ich jetzt nicht nochmal ziehen. Wir müssen jetzt erstmal die taktische Schlacht schlagen. Aber das ist natürlich praktisch, so können wir schlütern von oben. Äh, ähm, ja, umgehen weiß ich nicht, aber halt für zu einer Entlastung sorgen. Oh geil, das ist Twin Cities, aber gedreht, oder? Wo ist denn die Apeggis? Ja, hier ist die Autobahn. Nice, cool. Das finde ich ja recht fetzig, dass er in dem Modus die, äh, die, äh, die Karten so drehen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt natürlich, haben wir jetzt wieder die Herausforderung rauszufinden, von wo er kommt. Ne? So. Und die Karte ist riesig. What the fuck ist die Karte groß? Ähm. Ja, und unsere Kaiowas haben wir ja nur mittlerweile verbummfiedelt, ne? Hier ist noch ein Kaiowas, aber der ist mit... Ja, ich glaube, wir haben keine... Unsere heißgeliebten Kaiowas sind alle weg. Die hat er uns leider alle rausgenommen. Also wir haben noch Kaiowas, aber nicht mehr mit, ähm, ATGMs. Das ist natürlich so, die Scout Hubschrauber sind relativ teuer. Gibt's noch irgendwie eine billigere Variante? Nö. Nö. Der Vorteil ist, wir wissen relativ schnell... ...wo die Party abgeht. Ähm. Boah, ist das eine riesige Map, ey. Alleine, um in die Punkte reinzukommen, dauert's gefühlt ewig. Ähm. Gibt's hier irgendwas? Pff. Tank ready. Okay. Da rein. Und... Jetzt haben wir noch 29 Punkte. Wir machen das tatsächlich mal mit nem Hubschrauber. Da rein. So. Ähm. Das ist, äh, äh, das dauert ja alles ewig. Ähm. Ähm. So. Der Supply... Der Supply... Der Supply-Hubschrauber kostet tatsächlich was. Aber die sind schneller da. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir... Cobras... Sag jetzt nicht die Kaiowa waren die... Ne, doch, hier. Ja. What are the orders? Let's fly! So. Die Seite ignorieren wir erst mal. Und wir führen jetzt hier noch Panzer... Mit... Zusammen mit... Supplies. So. Pff, ja, wir... Mal gucken. Ich... Dadurch, dass wir jetzt wieder... Dass er jetzt doch nicht die Einheiten mit reingenommen hat, die als aktiv markiert waren... Ist das so ein bisschen bescheuert, muss ich zugeben. Weil das halt immer so ein... Wie soll ich sagen? So eine Blackbox ist. Okay, die Party scheint dort zu gehen. Und die Party scheint... Hier zu gehen. Okay. Gut. Äh, die Abrams hier nach vorne. Müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir hier... Oh, hallo. Vielleicht geht die Party doch dort. Verdammt. Da muss er aufpassen, dass er uns jetzt hier nicht mit... Ja, genau. Hey, der fängt gleich an zu schießen. Oh, zurück, 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 zurück. Natürlich! Gut. Roger! My staff and myself are ready, sir. Dann machen wir das halt... So rum. Radiocheck. Red one six, over! Hat er halt ein paar I-Glas mit am Start. Das ist genau das, was ich meinte. Let's have a look around. Anybody need ammo? Successful hit! Ja, räumen wir das halt von hier auf aus. Ist halt kacke, dass wir da jetzt, äh, direkt eine Cobra verloren haben. Ja, Captain. Ja, Captain. Ja, Captain. The Captain and his crew welcome you aboard. It's gonna rain down on them crawlers. Radiocheck. Red one six, over! Das war der Panzer. Das war der Panzer. Yes, Captain. Right on the bar. Watch out for the comments. What are the orders? One, two, three. One, two, three. One, two, three. Noch eine hinterher, bitte. Also, die Kaiowas, die Kaiowas waren, was das angeht, wirklich besser. Die Kobras treffen nicht so zuverlässig. So, komm, das ist die vorletzte, ne, die drittletzte. Na, endlich. So. Wir laden die erst mal auf. Das hier drüben kann uns egal sein. Die Cobra ist wieder aufmunitioniert. Okay. Plus vier, 13 Minuten haben wir jetzt, um ihm da die ganzen Punkte wegzuschießen. Puh, ehrlich. Puh. Blöd, Mann. Und der spottet den nicht? Gott, ey. Das ist alles andere als geil. He is right dead. He is right dead. War Daddy to Red Leader. I'm listening. Ah gut, dann gucken wir mal hier, was wir hier noch finden. Hör auf und schieß einfach noch mit der TLW. Und trifft bitte. Vielleicht muss man tatsächlich auch die anderen Waffen ausmachen. Na, der Nebel doch jetzt bestimmt, oder? So. Ne, anscheinend nicht. Aber man muss wirklich sagen, dass die sind nicht ansatzweise so zuverlässig. Huch! Tja, sitzen wäre ich im Gebäude drinne. So, dann laden wir uns hier wieder auf. Gibt es hier irgendeine... Tja. So, wenn er keine Flugabwehr ist. Kann mir das egal sein. So, der T-80, den zerlegen wir gleich. Und hier fahren wir einfach weiter. Oh, hallo, wer bist du denn? Gucken wir mal, ob wir hier das nochmal aufgeklärt kriegen, die Infanterie. Jawohl. So, okay. Dann brauchen wir jetzt aber mal noch eine nächste Cobra, um auf der rechten Flanke... ...ääh... ...diesen... ...T-80 da rauszukriegen. Oh, da ist eine Artelami. So, da den T-80. Die Artelarie hat schon gar keine Lust mehr, oder was? Das haben wir wieder schon wieder alle Punkte eingenommen. Das ist natürlich superkacke. So, mit der 20 Millimeter... ... 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 Nice Wenigstens eine relevante Einer Hier noch rausgenommen Da steht also noch eine Flugabwehr Okay Nein, ich verdrück mich immer Ich drück mal B statt Statt N Da steht also noch eine Igler So, die Versorger landen da So, 19 Punkt gerade noch Hallo Mit 12,7 Millimeter Tja, also Man merkt richtig, wie die KI, wenn sie Irgendwie nichts mehr hat A little bit lost wird Gut Alles raus, was keine Miete zahlt Da ist die Igler Tja, jetzt sind schon ein paar verstreute Einheiten Da ist noch eine Artillerie Die Frage ist, ob er jetzt noch irgendwo Igler's hat Falls ja, wird's ekelhaft Aber ich glaub's fast nicht So, 1,13 Na gut Mit den 20 Millimetern geht's dann halt noch Ah, so eine 12,7 Kann durchaus wehtun Na Okay Acht Punkte Gut, wenn's jetzt gleich vorbei ist, soll's mir auch egal sein Da ist noch eine Artillerie Die hätt ich schon noch gerne Aber Es sind nur noch 14 Sekunden Ich glaub, das wird nichts mehr Oh, shit Nö, jetzt noch kurz vor Ende hier einen Panzer zu verlieren Da hab ich keine Lust drauf Na gut Ein sehr Ein sehr ernüchternder Kampf In der Hoffnung, dass wir jetzt natürlich auch ihn Vernichtet Ja, okay, immerhin So, die Panzer gehen da hin Die Hubschrauber Oh, die stehen da jetzt alleine Oh, oh Oh, oh Gut, wir können uns ja zur Not zurückziehen, ne Müssen ja nicht alles kämpfen Okay Ich guck jetzt grad mal drauf Das ist nochmal T-80er Okay Und die sind schon runtergeschossen Ich würde jetzt ganz gerne die Flanke hier ein bisschen Äh Hör Ah, nein Ach, das sind beides Unterstützungseinheiten, oder? Okay Sorry Das ist Deswegen können die da nicht Angreifen So, die gehen da hin Was ist eigentlich, wenn die jetzt keine Aktionspunkte mehr haben Aber trotzdem angegriffen werden? Wir werden's rausfinden So Ähm Was haben wir denn hier eigentlich? Supplies 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 Militärpolizei Mit irgendwelchen komischen ATGMs Oder ne, was sind denn das? Das sind doch keine ATGMs Das sind irgendwelche Komischen Panzerabwehrwaffen Das heißt, wir müssen mit denen jetzt angreifen So Angriff vorbereiten Ach und jetzt zieht er aber die wieder ran Das Und das sind nochmal Panzer Äh Ach scheiße, warte Ich muss die erst ran bewegen So Also Die Die Ach und das geht jetzt wieder nicht Weil das beides Unterstützungstruppen sind Oh Leute Ach Mann Also nochmal neu laden Ich will natürlich nicht, dass die dort ungenutzt dann alleine rumstehen So Wir stellen Die daneben So, also jetzt Die nach vorne Und jetzt müssen wir uns entscheiden Äh Nehmen wir Die Ingenieure mit Die kommen Puh Die kommen nicht auf Bradley's Ne Das ist äh Oder nehmen wir die mit Wobei die haben Die haben noch viel weniger Panzerabwehrfähigkeiten Okay, pass mal auf Dann nehmen wir die mit Zack Äh Zack Und Zack Ähm Die Flugabwehr dürfte ja jetzt noch aktiv sein bei ihm Dementsprechend Keine Luftunterstützung Unentschieden 15 zu 16 Das ist äh Ja gut Die sind schon ein bisschen angeknabbert hier Das wird spannend Aber Artalari haben sie Schauen wir mal Das nehmen wir hier auf jeden Fall noch mit Oh Gott Death Row Puh Gut, aber das kann uns zum Vorteil sein Mit Mit unseren Ingenieuren Wir haben die Map Äh Ein bisschen entschärft Was den ganzen Wald angeht Hier vor allen Dingen Das ist echt krass So Passt mal auf Ja Geht mal Da hin Da hin Die Frau Wobei Ne Geht mal bitte Hier hin Die Scouts Weil man die halt einfach in die Gebäude reinpflanzen kann So 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 Bradley's Huch Bradley geht mal hier hin Panzer da hin So Wo will ich die haben Die will ich erstmal Hier in den Wald rein haben Eigentlich will ich hier aber reinpushen Mal gucken ob ich hier in den Wald reinkomme Okay 15 Punkte Panzer als Unterstützung Noch ein Panzer als Unterstützung Jetzt Versorger Ready sir On the road again Es ist eine gute Idee die Mitte so offen zu lassen Das habe ich schon mal gemacht Ne Ja you're in charge Vielleicht schicke ich dich aber auch Da rein So So Die haben aber noch einen dicken Hier Der geht da hin Okay Wir Machen Unseren Obligatorischen Speicherstand Mal gucken At your orders Fresh delivery On route Ready sir Fall back They spotted us Yes captain As fast as we can Get in there Uiuiuiui Da kommt aber auch schon was Okay Jetzt müssen wir mal gucken Oh der Offizier lebt da gefährlich Let's have a look around T62 T80 I'm listening captain Bring us there taxi Roger Search and destroy Den Offizier kriege ich da wohl nicht rein Den Offizier kriege ich da wohl nicht rein Er hat jetzt tatsächlich alle Punkte erstmal eingenommen Tank Tank ready Combat speed Driver Beware Cummings nearby Okay Was kommt da Feuer frei Nice Alles handelbar erstmal Irgendwo hier war ein T80 So der erste Vorstoß ist aber erstmal aufgehalten Jetzt geht es darum ihn halt runter zu schießen Und wir haben acht Minuten Zeit Hier noch irgendwie ein Offizier rein zu kriegen Das sollte aber kein Problem sein So Steigt mal wieder ein Hier an eure Gefährte So Da rein Und jetzt heißt es ja im Grunde hier Such Den Such den T80 Da ist einer Der Scout geht mal vor Der Scout geht auch vor Haben die hier Oh ja das ist gefährlich Gut das hat sich erledigt Äh Ich fah so Ja Kaptain Will go Out Okay, einmal zurück, einmal auffrischen. Der Bradley geht mal bitte da hin. Gut, die Mitte will da anscheinend nicht bespielen. Dann nutzen wir hier die Gelegenheit, um den Offizier da reinzubringen. Und irgendwo war ja noch ein Scout von ihm. Da stehen Geschichten drin. Was haben die an Abwehr? Okay. Was hat das für eine Reichweite? 500 Meter. Ah, gut, kann der Bradley bekämpfen. Sehr schön. Ach, guck mal. Da steht der T-80. Gut, da geht unser Scout raus. Ne, er schafft es gerade noch so. Äh. Warte mal, geh du mal da hin. So. Wie sieht es hier drüben aus? Okay. Okay. Okay, da geht die Partie. Zurück. Zurück. Yes, Captain. Well done, guys. Gonna be spotted. We'll find them, and then we'll kill them. Let's go. Brian, get down. Okay. One less cop. I hear you loud and clear. Well done, guys. We can't take it anymore. Baker 5, ready? Good job. Nice. Okay, wie sieht es hier drüben aus? Die haben anscheinend hier aufgeräumt. Und wir nehmen die erstmal raus. So, jetzt haben wir noch elf, elf Minuten haben wir uns jetzt erkauft. Der T-80 hat keinen Bock mehr. Nice. So. What do you need, Captain? Beware. Come is nearby. Hunting for commies. Yes, Captain. Sehr gut. At your orders. It's hard here. Good job, Hunter. I hear you loud and clear. I hear you loud and clear. Okay, wir warten erstmal. Aber keep face in the enemy. This is Red 2. Enemy spotted. Ähm, so. Fresh delivery. En route. Red 6. Mounted up. Copy, Sir. Ah, nice. Die Trigoons können das schießen. Ja, er zeigt uns wunderbar die Seite. Das finde ich gut. Das Einzige, was wir da jetzt brauchen, ist Unterstützung. Gut. Da ist noch ein T-80. T-80. All ammo spent. War daddy to Red leader. I'm listening. Okay. Ach, du Scheiße. Ei, ei, ei. So, die werden wieder aufgef... Oh, geht nochmal da rein. Kommt schon. So, jetzt haben sie wieder Munition. Die werden repariert. Huch. Da kommt ein T-80 hochgefahren. Und die haben nix. Ja, okay. Hab ich hier noch. Da sind die Scouts wieder gespottet. Kommt schon, ihr schafft es. Uiuiui. Weiß nicht genau, ob die BAM oder was das war. Ob die, äh, nur Maschinenkanonen haben. Oder ob die uns jetzt gleich... ...die Abrams zerlegen. Gut, hat sich erledigt. So, ich könnte hier aber mal noch mehr Versorger getrauchen. Yes, Captain. Wir finden sie, und dann werden wir sie verletzen. Be careful. Enemies nearby. Platoon, formen und bereit. Roger. Search and destroy. Riot, get down. Yes, Captain. Kette beschädigt. Raste aus. Ach, verdammt. Der geht raus. Ja. Ja. Kette beschädigt. Komm. Okay. Kein guter Move. Das war teuer für uns. Jetzt gefällt mir natürlich alles andere. Alles gut. Zwei Abrams bei der Aktion jetzt verloren. Roger. Moving there. So, in sechs Minuten hat er gewonnen. Wir müssen so langsam mal gucken, dass wir... ...dass wir uns dort irgendwie reinsnicken. Sonst haben wir bald ein Problem. Das scheint ein T-80 zu sein. Das scheint ein T-80 zu sein. Ja. Da fährt was kaputtes weg. Nice. Wichtiger Kill. Cut the engine. We're waiting here. Platoon, formed and ready. Let's go. And watch out for the Russkies. Okay. Komm, mach dich. We're waiting here. Er saugt sich noch leer. Und... Okay. Und... We'll go out. War daddy, the red leader. I am listening. Juuuut. Wir brauchen halt den dritten. Nice. Ja, ich hör doch hier ATGMs fliegen. Oh ja, da. Okay. Ja, Death Row ist natürlich für Panzer schon ein schwieriges Gelände, muss man sagen. BAKER 5, ready. Hab wir nicht noch irgendwo Scouts? Scouts dazu. Oh, 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 oh. Ach, Gott. As your command, Sir. Shit. Ich hoffe jetzt nicht, er macht das wie gerade eben und, äh, verfolgt mich da in meinem... Äh, in den Wald rein. Come on, let's go quickly. We'll deploy at this position. What are your orders, Sir? Successful hint. Best job I've ever... Yes, Captain. Move, but watch our flings. I'll be there soon. Komm, buff den. Okay, wichtig. Oh, da ist noch mehr. Äh, warte mal, Nebel mal. Shit. Shit. Ja, kriegt ihn noch. I hear he's loud and clear. Damn, that was close. Hall ammo spent. Reverse, but keep facing the enemy. Ärgerlich. Aber die Tragoons machen das jetzt hoffentlich. Nice. Okay. So, jetzt haben wir ausgeglichen. Hey, du sollst da drinnen bleiben in dem Sektor. Ach, der wurde angegriffen, oder? Ja, scheiße, 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 scheiße. Mark information. Move out. Pff, puh. Attention. Be careful. Enemies nearby. Hall ammo spent. What do you need, Captain? Move, we're awaiting. Are you sure it's safe there? Captain? Brauchen den Punkt, sonst haben wir in einer Minute 30 verloren. Combat speed driver. War daddy to red leader. I'm listening. Move, move, move. Move, move. Comments, right up. Get in formation. First platoon. Let's go. Attach. Oh fuck. Let's move quickly. My staff and myself are ready, sir. Successful hit. Shut up and listen to the G. Okay. Good. Gut. Der muss aber stehen bleiben. Da geht noch ein T-80 hoch. Ei, 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 32 Punkte. Oh shit. Das ist doch nur eine Ikla zum Glück. Good job Gunner. Reverse. But keep facing the enemy. Need a ride? On the road again. Was würde ich jetzt für ein paar Bradleys geben? Huch. Oh shit. Ich bin aber auch so kreide. So are we. Oh, verdammt. Da kommt noch ein T-80. Yes sir. Ich guck esIR. We'll find them and then we'll kill them. At your orders. Come on, right up. We're ready to do, man. We're ready to do, man. We're ready to do the Red Leader. Tja, den Offizier zu finden, wäre natürlich jetzt das Optimum. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Haben wir noch einen fitten Panzer? So, da kommt ein T80. Okay, das waren aber glaube ich zwei. Nice. Wir haben uns für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Zeit gelassen. So, er geht mal zurück. Er ist leer. Okay. Infanterie da hinten. Er hat noch 24 Punkte. So, was bist du? Ein Panzer und ein Versorger. Ich führe mal den Scout mit da hoch. Der Offizier wird präpariert. Ja, dann versuche ich mal halt hier noch. Okay, er hat den Ural da rausgenommen. Die geben aber leider keine Punkte. Okay, dann nehmen wir die noch. Oh, nice. Haben wir den Offizier gefunden? Jawoll. Das bringt uns natürlich jetzt in eine etwas entspanntere Position, weil uns der Punkt damit jetzt komplett gehört. Und wenn wir nicht jedes Mal Angst haben, müssen wir irgendwo rausgedrückt werden, dass der Ticker gleich wieder läuft. Oh, und hier hat er anscheinend auch den Offizier rausgezogen. Das ist spannend. Oh, verdammt, was bist denn du? Das war ein Trailer, die uns da vor die Nase gelaufen ist? Okay. 19 Punkte noch. Na ja, der Leder hat ein bisschen auch noch. Gut, da rein. Da rein. Hier war noch irgendwo ein T-80, aber wer weiß wo. Vielleicht haben wir den auch schon rausgenommen mittlerweile, aber ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Na los, Bradleys. Eigentlich ist die Kombination von Bradleys und Abrams richtig geil, weil die Bradleys ja auch mit ATGMs arbeiten können. Das Problem ist eigentlich nur... Äh... Ach, hallo, T-80. Dass die Bradleys halt relativ wenig aushalten und dadurch eigentlich immer ein bisschen Abstand fahren müssen. Ach, ist da bloß ein BMP. Also, Erstschuss ist beim Abrams wirklich schnell. Zwölf Punkte hat er noch. Aber ins... ins Häuserkampf würde ich jetzt eigentlich nicht rein. Hallo. Na los, komm. Dann geben wir uns den Spaß dort noch. Auf wen schießt denn er? Na, schöne Sidesshots. Und die Trigunen macht ihn jetzt. Jawoll. Okay. Er hat kurz angecappt. Jetzt geht er wieder raus. Sechs Punkte sind's noch. Ach, die kommen hier nicht runter. Da ist noch ein Strähler. Und da ist noch ein T-80. Oh, Bradleys will ich jetzt aber eigentlich nicht mehr verlieren. Ah, der T-80 kommt doch gleich hier. Oh, da haben wir noch ein BMP rausgenommen. Drei Punkte sind's noch. Ah, ich hab Schiss, dass wir jetzt Sidesshots kriegen hier. So, wir ziehen uns mal zurück. Da geht noch einer raus. So, es ist noch ein Punkt. Komm, kriegen wir irgendwas kostengünstig? Ja, da ist auch noch was kostengünstiges. Dankeschön. So. Okay. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt... die immer noch nicht vernichtet haben. Ich raste aus. Ich raste aus. Wir könnten das schon mal hinterher setzen. Aber mit den Einheiten, hoffe ich mal, kommt er jetzt nicht auf die Idee. Er hat noch zwei T-80er. Und hier... Und hier... Und hier... Und hier hat er seine ganze Infanterie, hat er nicht ausgespielt. Und hier hat er noch fünf, sechs T-80. Okay, und dahinter steht noch... Nochmal T-80. Alter, wie viel T-80 er hat. Das ist unfassbar. Gut. Nichtsdestotrotz, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Es gibt viele Schlachten zu schlagen. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir hier nicht weiter flankiert werden. Das haben wir gekämpft. Ein Ziel wäre es natürlich, Schlütern zurückzuholen. Oder hier Lauterbach. Aber schauen wir einfach mal, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Es bleibt weiterhin spannend. Der wirkliche Befreiungsschlag bleibt halt aus. Weil wir dort, wo wir angreifen... Und ich hoffe, dass ich die eine komplett zerstören kann. Wir es leider nicht schaffen. Wir schaffen es immer nur, sie auf fünf und sechs Ermüdungen zu schießen. Wir machen nicht genug Verluste, dass sie komplett routet. Und sich auflöst. Und dementsprechend sind das Einheiten, die halt immer mal wieder kommen können. Beziehungsweise, wenn er blöd genug ist, wirft er sie halt einfach nach vorne. Und dann... Sind sie zwar weg. Aber wir bekommen halt auch Ermüdungen dazu. Und das ist halt irgendwie kacke. Naja, wir sehen uns, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Gesamtnamen, nicht genannt. Gämon Finkulle, Kirtano, Carbein, Heimdall, Rico, Tomboy, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.